Mit diesen Bildern aus dem Tierheim Wollmirstedt wollen wir Sie zum Frühlingsfest in die Angerstraße 4b einladen. Hier finden Fundtiere und Hunde und Katzen, die nicht länger bei ihren Besitzern bleiben können, eine Zuflucht. Die viele Arbeit, die mit der Betreuung der, nennen wir es ruhig mal, Insassen verbunden ist, wird überwiegend durch ehrenamtliche Mitarbeiter geleistet und diese fleißigen Hände werden auch das Frühlingsfest ausrichten. Wir werden am 27.04. ein Frühlingsfest in unserem Tierheim durchführen, in der Zeit von 11, bis die Leute wieder nach Hause gehen wollen. Also sie sind auch für den ganzen Tag dafür gewappnet. Wir wollen den Leuten zeigen, wie es denn jetzt nach dieser doch langen Zeit, wie es geschlossen war, wieder in Betrieb genommen wurde. Was wir hier verändert haben, wir momentan an Tierbeständen da haben, was wir unbedingt auch versuchen, den Leuten zu vermitteln. Auf der anderen Seite, was wir an Tierbeständen da haben, wo wir uns mit Sicherheit nicht trennen können, weil es Problemhunde sind, weil es Problemkatzen sind, aber wo wir jederzeit eine helfende Hand benötigen, wo wir jederzeit auch einen Euro gerne einnehmen, um unser Tierheim betreiben zu können. Solche Aktionen, es gab sie auch schon früher, gehören einfach dazu. Und in bewährter Manier wird für Unterhaltung und Versorgung auf das Beste gesorgt. Die Mitarbeiter haben sich die öffentliche Aufmerksamkeit, die mit so einem Tag verbunden sein wird, redlich verdient und deshalb ist jeder Besucher herzlich willkommen. 27. April 2019, ab 11 Uhr, Frühlingsfest im Tierheim Wollmirstedt. 20. April 2019, ab 11 Uhr, Frühlingsfest im Tierheim Wollmirstedt. 20. April 2019, ab 11 Uhr, Frühlingsfest im Tierheim Wollmirstedt. 20. April 2019, ab 11 Uhr, Frühlingsfest im Tierheim Wollmirstedt. Untertitelung des ZDF, 2020